Ich kriege gerade von der Technik ein Zeichen, der Applaus ist zu laut. Und zwar, wir haben auch schon mal vor Gehörlosen gespielt, die klatschen so. Ich würde euch bitten, das im Laufe des Konzertes jetzt bitte nur noch so zu machen. Es ist schade, wenn wir die Statistik versauen. Wir müssten dann gegen Ende immer leiser werden und da kommen wir dann irgendwann auch körperlich an unsere Grenzen. Bitte einmal Probe klatschen. Wir wollten das sowieso mal checken, wie das hier ist, weil wir haben einen Mann bei uns in der Gruppe. Wir sind ja nicht nur fünf, wir sind zehn, wir haben fünf Techniker, die das ganze Jahr mit uns reisen. Und einer, der hat wirklich immer wirklich spitzen Ideen. Und der hat gesagt, Mensch, wenn das so weitergeht und das muss immer leiser werden in Leipzig, dann sind wir doch der ideale Standort für ein Pantomime-Festival. Unser Kuni, können wir mal einen Applaus spenden? Wir wollen das nicht ausgehen.